Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen erwartet uns ein schöner Tag. Bei Temperaturen von 20 Grad strahlt am Donnerstag 15 Stunden lang die Sonne ungetrübt von einem stahlblauen Westsachsenhemmel. Bei Tageshöchstwerten um die 25 Grad dominiert Sonnenschein am Freitag das Wettergeschehen. Nur harmlose Wolken ziehen ins Sendegebiet. Bei ähnlichen Werten starten wir mit einem Sonne-Wolken-Mix in den Samstag. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken und es kann örtlich zu mehr oder weniger heftigen Gewittern kommen. Am Sonntag ist der Spuk dann vorbei. Bei fast hochsommerlichen 26 Grad scheint den ganzen Tag über die Sonne. Liebe Zuschauer, das war's von Tag Aktuell für den Mittwoch. Morgen ist schon wieder Donnerstag, da sehen wir uns natürlich hier an gleicher Stelle wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.